Aber es war gestern in Ordnung. So. Ich habe gegen Junk gestern gewonnen, das hat mir gerade gereicht. Ja, knapp, dann habt ihr gewonnen, ne? Mit was? Ich habe gestern Abend angezockt, ja, ja, aber nur das als Kerkermeister quasi. Als Überlebender habe ich ja nicht gespürt, das war jetzt noch zu platt. Schau, warte, leck mein Ars doch. Jungs, haut's da rein, ich bin weg. Genau, ich war zu platt. Ja. Zone C, eingenommen. Zone A, verloren. Wie ich die, wie ich die kleine Ausschnitte, alter. Ja. Kleiner Zwerg. Ach guck mal, wenn ich, guck mal, dann wird der groß wieder. Hast du gesehen, wer den noch die Schulter packt? Nee. Ach Gott, ich habe doch Bruder. Aber da wird wieder kurz zum Riesen, habt ihr gesehen? Ja. Ich komme zu Recht, also. Aber ich schaue auch mal lieber drauf, wenn ich nicht parieren muss. Boah, dann bist du klein, ey. Ein kleiner Zwerg. Mit meinem Kobold Schatz hier, guck mal. Oh, da kommt, da ist einer oben, pass auf, da ist einer oben. Ja, der Klatsch geht das ja weg. Ja, der Klatsch geht das ja weg. Zona A, verloren. Boah. Ey, der Schugoki, ne? Guck mal, der Zwerg da unten da. In der Mitte kommt der kleine Schamanie und ich finde das so groß. Pass auf, der nächste kommt. Warte, Jungs, ich spring auf den... Nein! Nein! Warte, Jan. Boah, wir müssen Zona holen. Easy. Ich kann auf Ara. Oh, da ist ein Riese hinter mir. Ah, der Minion war auf einmal so... Ach, unsere Minions sind aber so groß. Alter. Das ist mir gerade so aufgefallen. Moin Schugoki. Hi, grüß dich, ich bin Mann. Ja. Warte. Oh Mann, das hat keine Ausdauer. Warte. Was? Mann. Ich soll doch hier raus springen. Voll jetzt nix die Schamanen, ne? Boah, ich liebe die einfach. Ich versuch ihn hoch. Aber doch, Mann, der kennt halt jetzt. Äh, er wird dich schreit. abend war zu geile Kleine Wotze gerade mit einem riesen Schild haben Guck wo du oh nein ich habe keine ausdauer mehr kacke das april scherzmodus dienen gerade da geht bis morgen um 15 uhr aus zwerge mit riesen waffen die folge ich gehe mal wieder auf sie kämpfen jungs und macht den punkte ja 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 wieder axel die klicken unter den schultern ja ja hier alles dein pelz so ist es nicht so mein belt ich muss noch mal die mitte oder irgendwas von oben auf mich gejumpt oder da bist du was wir oben ob ich dass einer oben runter jumpen will er aber hier geht sie sehr schön du kleiner gartenzwerg er war ich bei sieben und ich habe euch bei sieben weiß ich nie nie auf c ist jemand er drauf da netzwerken oder seite einfach sogar und ihn gefällt dir als lustig oder ach scheiße man warum ich nicht immer die ein auf dem opel mit odin aber junge jetzt muss man den letzten holen oder denn auch da jawohl gut gekämpft jungs der anderen so tag muss immer arbeiten das findet ja wieder bis heute abend durch stream aber ne ist ja nicht